Oh, ich war gerade so richtig im Schockmoment und versuch mein Oh mein Gott Yo Leute, was geht? Willkommen wieder zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Skywars Ja, ich habe jetzt eine Woche kein Minecraft gespielt Also ich persönlich, letzte Woche kam ja eine Folge Und seit der letzten Folge habe ich kein Minecraft gespielt Ich hoffe, ich bin immer noch so gut wie davor, bin ich mir immer noch so schlecht Aber ja, deswegen jetzt hier wieder eine chillige Runde Ich hatte halt diese Woche jetzt nicht so Bock auf Minecraft Alter, guck mal, was ich für Sachen habe Ich kann dem Typ Schuhe geben, die er schon hat Ja, wow, ist halt gerade ein bisschen behindert Ich kann dem noch ein Schwert hier geben Vielleicht noch eine Axt, aber mehr kann ich halt einfach nicht geben Das waren ja die schlechtesten Truhen, die ich fast je hatte Pyro Ach der Nice Habe keine Sachen mehr Schreiben wir erstmal Weil sonst zündet der mich noch an, Leute Wir kennen die Leute Wenn man so ein bisschen asozial zu jemanden ist Äh, dann zünden die ja manchmal an oder so Und da hat schon Lava einmal gezeigt Deswegen Ich habe keinen Bock auf Stress Und Ja Deswegen kann ich Oh, deswegen kann ich leider nichts machen hier Deswegen sage ich dem ganz freundlich, dass ich nichts habe Nimm Feuer, Resi Oh ja, ja, Moment Mach ich gleich, mach ich gleich Erst kurz hier zu Ende bauen Und dann saufe ich den Ja gut, dann bau du weiter Ist auch okay Ist natürlich auch okay Äh, letzte Folge habe ich übrigens ziemlich viel geschnitten Geschnitten bei Master Build Das hat man nicht so gemeint Das sind nur so ein paar Sekunden, die ich rausgeschnitten habe Äh, weil ich Ziemlich lange Redepausen gemacht habe Ich hoffe, dass jetzt hier nicht direkt alles schon wieder passiert Guck doch mal hier rein, ob Rüstung hier für dich ist Ja, ist ganz viel Oh, dann nehme ich das mal mit, Alter Ich bin nämlich korrekt So, auf geht's Habe Rüstung für dich Bleib doch hier Habe Sachen Oh Die scheinen zu kommen Junge, was machst du? Du kämpfst da mit deiner Lava Oh Hier Nimm die Sachen Nimm die Sachen Hier 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 Komm, nimm, 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 nimm Komm, nein Oh Ja gut, sorry Dann wirst du halt sterben Tut mir ehrlich gesagt leid Wenn das nicht merkt Ja, dann kämpft er Rüstung Rüstung Okay, er ist raus Er ist raus Ja, was soll ich machen? Tut mir leid, ganz ehrlich Wenn er es nicht reilt Dass ich dem Das war ganz dummer Fehler Wenn er es nicht reilt Nein, 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 nein Wenn er es nicht reilt, dass ich mir was geben möchte Dann tut es mir echt leid Komm, 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 komm Ich will, ich will, nee Das sind dir, Leute Kann ich nicht gegen kämpfen Nein, komm Jawohl Alter Als ob ich den getötet habe Nein, den habe ich gerade Alter, ich dachte Wisst ihr, was ich machen wollte? Ich wollte nur von der Seite attackieren Und mich dabei sterben lassen Weil ich wusste, ich werde eh sterben Wollte ich mich dabei runterspringen Und mich dabei sterben lassen Runterspringen, sterben lassen Und dann fällt der nur runter Und dann nicht mal ich, Alter So ein geiler Move Alter, das war aber ziemlich laggy Okay, nein, nein, nein Er macht es gar nicht gut Nein, nein, oh, ich werde sterben Ja, was soll ich machen, was soll ich machen? Nein, 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 komm, ich will weg, ich will weg Ich will weg Oh, was hätte ich machen sollen? Der Typ, ich, ich, da Bei sowas denke ich mir, ich kämpfe Wenn ich da jetzt gekämpft hätte Ich wäre so oder so draufgegangen Deswegen habe ich versucht, irgendwie aus dem Schwingen Ins Wasser zu springen oder irgendwas Schade So, jetzt mit dem Enderperlen-Kit Auf der Map Cars Ach du Scheiße Die Mitte eskaliert ja total Deswegen sollte ich jetzt mal schnell die Kisten looten Leute, ich backe Nein, 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 nein Och, Mann Was soll das? Jetzt habe ich noch gebackt Hab nicht so viel bekommen Schade Jetzt sollte ich auf jeden Fall mich erstmal hochbauen Er wirft hier seine Brust hin Was relativ dumm war Da ich noch was brauche Und er lässt einen Goldapfel in der Kiste Okay, nice Auf jeden Fall Die letzte Runde, Leute Ich habe gerade noch mal ganz kurz ein bisschen in der Pause Beziehungsweise, ja In der Zeit, wo ich eine neue Runde gesucht habe Mal ein bisschen so gedacht Und mir gesagt Die letzte Runde hat sich eigentlich Mega gelohnt Boah Alter Alter Das ist ja nicht mehr normal Wie knapp das war Okay Ich muss meinen Goldapfel essen Ansonsten habe ich gleich ein Problem Ich muss mich ganz kurz Volle Pulle konzentrieren Boah Hier, zack Er macht da um eine Plattform Hier, Wasser Ein paar Eier Junge, Junge, Junge Warte Nein, 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 nein Oh Halbes Herz Halbes Herz So Neue Runde auf der Map Summertime Das ist ja auch eine neue Map Wenn man das halt noch als neu ansieht Das ist ja inzwischen schon etwas älter Aber Ja, ist okay Ich bin noch mit der Folge übrigens ziemlich zufrieden Weil ganz ehrlich, Leute Wir haben einmal Wir sind zwar relativ früh gestorben Aber wir haben einmal gegen Zwei Diertypen gekämpft Einen davon habe ich sogar runtergehauen Da bin ich echt stolz drauf Und dann gerade der Typ Kann ich eigentlich auch vollkommen zufrieden sein Aber ganz ehrlich, Leute Gerade der Typ Der war viel besser equipped Und ich habe den sogar Bis auf ein halbes Herz runtergemacht Also da Mit den Runden kann ich auf jeden Fall Heute zufrieden sein Äh Ja, ich spiele heute echt gut Eigentlich Meiner Meinung nach natürlich Nicht, dass Leute sich wieder beschweren Aber Man kann ja nicht behaupten Dass ich wirklich schlecht war Weil die Gegner, die nicht gekämpft haben Waren besser Und ich habe die fast bekommen Und in der ersten Runde Da habe ich ja sogar den Diertyp runtergehauen Mit Glück Aber egal So, auf geht's Ich würde sagen Wir haben jetzt auch mal was Besseres verdient Hier zum Beispiel noch Einen kleinen Kleinen Sieg oder so Ich kann es jetzt umschauen Oh, oh Hier sind überall Leute Nein, das war ganz Oh mein Gott Oh mein Das ist die Folge mit den meisten Toten Aber der Tod war jetzt diesmal behindert Der hat mich so gelobt Wie gut ich war Und jetzt so ein behinderter Tod Alter Ich war richtig überfordert Okay Leute Die Runde gerade eben Die hätte ich jetzt auch rausschneiden können Aber Es war einfach so lustig Dass ich in dem Moment so gesagt habe Ja, es läuft gerade richtig gut Alles möglich Und dann gestorben bin Das muss ich einfach drin lassen Das war echt geil Dann kam direkt jemand Dann war ich so richtig behindert Bin ich so richtig behindert Verreckt Aber kein Problem Der T.E. Schneider tun wir genau Neue Runde Das müsste glaube ich auch jetzt Die letzte für heute sein Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen was zu reißen Ich bin aber wie gesagt Eigentlich ganz zufrieden Kann ich sagen Bis auf die Runde gerade War es eigentlich gar nicht so scheiße Ich würde natürlich wie gesagt Jetzt trotzdem noch ein paar mehr Kills machen Nicht die ganze Zeit so ein Kill Ja, das ist halt schon Ein bisschen behindert Dass ich so wenig Kills mache Obwohl ich eigentlich gar nicht so scheiße bin Naja Auf geht's Da drüben Die sollten glaube ich nicht kommen Bzw. die kommen nicht Dann heißt es jetzt mal hier rüber gehen Wollen die was die machen Wollen die die Mitte Oder was machen die Oh ne, die wollen ganz normal zu uns Die wollen ganz normal zu uns Ja, komm Da hätte ich dich jetzt von oben runter gehauen Aber du haust ab Okay Das ist auf jeden Fall okay War ich wieder ein bisschen weg vom Mikrofon Das ist natürlich nicht immer ganz so toll Okay Warum guckt er so Hat er was? Hat er ein Archer-Kit? Hat er ein Schneeball-Kit? War ein bisschen Angst Wenn ich ehrlich bin Teamkollege Äh, du hast heute noch vorzukommen Oder soll ich noch ein Jahr warten? Okay, er hat eine Angel Er hat eine Angel Die hast du leider jetzt ein bisschen verbockt Dass du die gezeigt hast Das war keine kluge Idee Jetzt werde ich nämlich mal runterkommen Mit ein bisschen Spinnenweben Nein, nein, nein Angel Nein, nein, nein Angel Nein Ich bin dumm Der hat eine Angel Angel Achtung Pass auf Pass auf Nein, ich habe Angst mit meinem Teamkollege Aber er rallt es nicht so Und ich habe gerade nicht gerallt Was zu schreiben Aber jetzt habe ich es wohl hinbekommen Okay Äh, hoch geht's Oh, ich war gerade so richtig im Schockmoment Und versucht mein Pfff Pfff Als Oh mein Gott Da, da, da Geil Team, äh, nicht Teamkollege Sondern ich meine Typ, du bist echt der Beste Alter, da Konnte ich mir lachen Ja nur Schwer Verkneifen Was mache ich denn Oh mein Gott Alter, ich bin ja heute Nicht, echt Total überfordert Ich bin überfordert Ein scheiß Spinnenlein Ich bin überfordert Was in Wow Alter, was ist das heute eine Folge Wenn ich Wenn, wenn, wenn ich heute irgendwie Keine Ahnung Mein Herz Wenn heute irgendwas Keine Ahnung, was ich sagen will Aber wenn heute ein 80-Jähriger das hier gespielt hätte Oder guckt Dann kriegt er ja einen Herzinfarkt Alter, wie ich mich gerade die ganze Zeit schon am Erschrecken bin Und dumm bin und alles, Alter Das ist heute echt eine Lustig und witzige Folge Ich Oh mein Gott Ich kann dazu nichts sagen Ich bin ja noch vollkommen verwirrt dadurch Äh, was passiert da unten? Das ist ja nicht mein Teamkollege Pfff Hallo Äh Ich bin hier falsch Äh, ich hab gerade richtig Angst Die hören Zu mir Ne, nicht wirklich Ich glaube, ich sollte mal gehen Ich wusste gerade nicht, wer von den beiden zu mir gehört Ich hoffe Aber ich hatte irgendwie Glück Ich glaube der andere Der eine geht zu mir Der andere glaube ich nicht Aber der ist zum Glück nicht auf mich gegangen Jetzt, weil der da auch beschäftigt war Alter Da bin ich da irgendwo gegengesprungen oder so Alter, ich kann Ey, diese Folge Ich kann ja nicht beschreiben Wie komisch die gerade ist irgendwie Ich mach Fehler Ich krieg's nicht hin Was in den Chat Schreib mich Ich dreh vollkommen durch Ich Och mein Gott Was eine witzige Folge Das kann man einfach so sagen Hast halt noch nicht mal gespielt Also ich Ich spiel jetzt noch nicht mal so Ja hier Ich spiel gerade so Ob Action wäre und so Nein, nein Das ist gerade alles real Real, Digga Okay, ähm Naja Bin noch gerade ein bisschen aufgedreht So, ich glaube mein Teamkollege hat den jetzt bekommen Oder ist das Der Gegner Hä, bin ich dumm oder Warte, ich kann den ganzen Tag nachgucken Äh, Team 12 Das ist ein Gegner Das ist tatsächlich ein Gegner Deswegen sollte ich mich aber ein bisschen beeilen Komm, komm, komm Weg, 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 weg Okay, der geht da hin Dann kann ich jetzt auf jeden Fall reinrennen Oh, ich hab Angst Aber Wow Äh, wir sollten den bekommen Ne, eigentlich nicht Das war gerade ein bisschen falsch ausgerückt Eigentlich bekomme ich den ja nicht Weil der besser equipped ist und so Aber egal Auf geht's Zaggi Äh, das sollte jetzt Der Typis hat ja die Also das sollte aber nur Äh, der sollte nur alleine sein Glaube ich zumindest Okay Hier ein bisschen Whisky Weil der kann hier sein Ich sollte einfach mal einen Kompass nehmen Okay, jetzt da hinten Irgendwann auf die Insel Renne ich jetzt mal rein Gerade ein bisschen Angst Dann kommentiere ich dementsprechend auch ein bisschen wenig Okay Hier ist nichts Ich hab das hier unten irgendwo, oder? Hallo Ne Oh, wo ist der denn? Der ist doch hier 100 Pro irgendwo So, ob er sich jetzt versteckt Mann, der ist viel besser equipped Ups Bin ich die Stufen runtergefallen? Nice Kann man auf jeden Fall mal machen Hä, wo ist der denn? Komm Heiko Ja, hä, bist du dumm? Ist das mein Teamkollege? Ja, wo bist du? Alles klar Alles klar Wieder passend zur Folge Ähm, ja Das war mein Teamkollege Ich hab's noch nicht ganz gereiht Ey, wie baut der? Ich hab da richtig Angst, wie der baut Jojo, bin da Bin da So, äh, ja Das wird schwierig Ich hab jetzt noch drei Blöcke Deswegen sollte ich jetzt mal hier Ein bisschen sparsam umgehen Zack, hier ein bisschen Wasser hin Äh, mein Teamkollege Achtung, Kollege Achtung Okay, das ist grad hier Whisky, wo ich bin Ich wurde entdeckt Ich wurde entdeckt Das ist Hä, der hat mich jetzt nicht gehauen, okay Ja, ich werde sterben Jaja, viel besser Oh mein Gott Das wäre fast peinlich geworden Das wäre fast peinlich und passend zur Folge gewesen Aber ich konnte mich noch retten Das wäre fast so passend zur Folge gewesen Wenn ich hier gestorben wäre Aber alles gut Ich seh schon, die Folge wird etwas länger als erwartet Das seh ich gerade Ja, der steht da oben Ich muss essen Achso, er schreibt Hey, ja moin Mein Teamkollege Das ist nice Dankeschön Oh mein Gott Was mach ich hier Was mach ich hier Alter Ha Der denkt sich auch so Was für ein Spieler Muss ich hier spielen So Danke Oh Fuck, fuck, fuck Ich hab keine Blöcke Ich komm, ich komm, ich komm Ich versuch zu kommen Nein Ah, was ne bittere Sache GG, er schreibt Hacker Sorry Sorry Teamkollege Das war's mit dem Video Daumen nach oben Wenn's dir gefallen hat Ja, mach's gut Servus Und Ciao